Hallo und herzlich willkommen hier zur 11. Folge Let's Play Transport Fever. Wir wollen hier ein Ausweichgleis machen, bei der Strecke Eifhausen, in der Surburg. Das Geld haben wir dazu. Runter zu nicht, vielleicht hoch zu eher, weil hoch zu... Runter zu ist doch besser. 30 und jetzt kriegen wir billiger. 11. Doppeltes Gleichsegment. Nein, zack. Na. Und nochmal, so. War nicht möglich, war nicht möglich. Nee, 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 so. Und so. Hier haben wir eins hingebaut. Da haben wir mal eins hier hin. Und so. Das hat nicht funktioniert. Da müssen wir mal hier ein bisschen ankippen. Gehen wir ein bisschen rüber. Zack. Und gehen hier drauf. Zack. Und jetzt sind wir hier gleich da. Genau. Da müssen wir hier ein paar Weichen setzen. Einmal hier. Und. Einmal hier. Das Ganze hier nochmal. Zack. Und zack. Gucken wir uns die Linie an. Und das hat auch funktioniert. Super. Immer noch ein Tick von 12 Minuten. Aber die macht plus. Wir haben fast eine Million. Hört sich da gut an. Wir machen langsam weiter. Wir erschließen jetzt die nächste Stadt. Das nächste Örtchen. Hier rum. Oder das. Oder das Spiel fängt an mit Druckeln. Weil. Oh. Jetzt. Jetzt fängt an mit Steam mit Updates machen. Okay. Sehen wir uns noch. Nicht in der nächsten Folge. Also eine 3 Minuten Folge. Mach ich auf keinen Fall. Das werde ich jetzt wahrscheinlich hier. Ich mach mal ganz kurz hier. Ein Überbrückungsbildschirm rein. Wenn ich das mal ganz kurz hier raus finde. Ja. Jetzt tue ich mir ganz und die. Ganz unterste Ecke switchen. Jetzt seht ihr ja ganz kurz hier. Das seht ihr ja alles jetzt. He he. Das seht ihr ja alles. Ah. Das seht ihr jetzt alles. Durchsuchen. Wo hab ich's denn? Ähm. Cetric. Äh. Tut 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 tut. Ne. Das müsst ihr. Wenn dann bei. Ja. Zack. Na wo ist's denn? Ja. Desktop. Nicht Desktop. Ja. C. 86. Steam. Die User Data. Zack. 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 Und zack. Und zack. Und zack. Ne. Das war's nicht. Das war doch die 7. Die 7 war's auch nicht. Da war's die 760. Genau. Zack. Ne. 400 möchte ich nicht. Ich möchte die äh. Äh. Hier wo ist sie. 44. 6. 68. 0. Ja. Da ist er. Skinshots. Hier ist meine Trainweaver Scinshots. Zack. Zack. Und. können wir den reinmachen. So. Okay. Und zack. Und auch ein bisschen größer ziehen. Können wir ruhig ein bisschen größer ziehen. So. Und zack. Und auch ein bisschen größer ziehen. Da kann ich dann ganz einfach hier wieder ausspitchen. Korrekt. Macht Sinn. Ja. Macht Sinn. Sinn. Also gleich wieder da. Äh. Ne. Abbrechen. Zack. 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 Ach so, das ganze layout hat sich geändert. Gut zu wissen. Ich will gerade die alten Spielstände löschen. So, jetzt kann ich hier wieder rein. Zack. Und ich kann hier fortsetzen. Äh, fortsetzen. Das ist das Update 1187, was ich gerade spiele. Genau, hier sind wir. Hier haben wir aufgehört. Und wir wollten Hilst. Hilst oder wollen wir was ganz anderes. Elsdorf. Elsdorf kriegt mir irgendwie bekannt vorher. Alte Heimat irgendwo bei mir Aber ich glaube nicht, dass das das Elsdorf ist Weil ich habe deutsche Stadtnamen eingeben Weil Stadtnamen ist das was anderes Hiltz kommt mir auf jeden Fall Kampfort klingt sehr Nordisch Nordsee oder Ostseeküste Wer was weiß, kann ich es an die Kommentare schreiben Mir würden sich wirklich Zwei So Buslinien Gut machen Deswegen, wir gehen mal hier hin Wir haben ein neues Fahrzeug Ein Schiff Klingt Russisch So wie es da raus steht So, was du Muss mal hier drehen Dann stellen wir es mal innen Und hier fangen wir einmal rum Genau Das heißt, wir brauchen dann noch hier Oh ja, bauen wir auch schon Einmal Da 10 Und einmal hier oben Kann man sich an die Straße ran stellen Wie ging es da gerade mit 7000 8000 ist auch gut Zwei neue Linien erstellen da Das kann man jetzt noch nicht machen Wir müssen noch die Haltestellen bauen Die Haltestellen kommen erst Wird die Folge mal ein bisschen länger Aus gegebenen Anlass Zack, zack, zack Das war jetzt Quatsch Aber wir können es noch mal lassen Für spätere Projekte Zack Zack, zack, zack Zack Hier vielleicht noch Zack, zack Genau Hier so ein bisschen versetzt Das ging in Train Fever auch nicht Ist so ein bisschen versetzt zu bauen So, neue Linie Muss man erst mal machen Ist rot Machen wir die erste gelb Und die zweite ist dann ja rot Zack, zack, zack Und zack Das ist die erste Linie Und die zweite Linie Die kommt sofort Ne, ja Die ist dann rot So sollte es sein Und die geht dann von hier Nach da Nach da Da Hier lang Den Finkenweg Die Bergstraße Den Meißenweg kreuzen Und den Tulpenweg Alles beides acht Teile stellen Das ist die Linie Vom Bus 301 Ne, 400 401 Kann das sein? Möglich ist Wenn hilft Ich muss ganz kurz mal Was schauen Wir haben Hier Hier Irgendwie Eine Ostrote Das ist Osten Wenn wir Das hier Als Osten Bezeichnen Eieiei Ich mache Wieder mit Tastatur Da gibt es Einfacher Und mir Mal ganz kurz Das Gewerbe Angucken Genau Haben wir So gut Wie alles Eigentlich Erschlossen Und mir Das hier Und Unten Nicht Alter Reingesumt Dankeschön Wie fährt Das ist die Verbindung Industrie 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 Zack Und das ist die Linie Bus 402 402 Hilft Zentrum Zentrum Mit T Das ist die Linie Und das ist die Linie Und das ist die Linie Und das ist die Linie Ich habe noch keine S- oder U-Bahn gebaut Straßenbahn meine ich natürlich hier Basskutschen, hier gelblich, kann ich auch mal so hell, hellgelb, 1,2,3,4,5,6,7,8 machen wir so viel, ja genau, auf die Industrie und dann hat man hier, welche Farbe? Rot, zack, 1,2,3,4,5,6,7,8 und die alle da drauf zuweisen, sehr gut, haben wir das auch, die Musik ist einfach herrlich, zum anknabbern, können wir hier schon mal planen, einen Bahnhof, äh, ja, geht los hier, geht es dann von hier hinten, dann hier runter, aber hier hinten ist ja der kaufmännischer Bereich, da macht es einfach, eigentlich mehr Sinn, den hier unten hinzusetzen, aber der ist, da müssen wir hier mal ein paar Gebäude abreißen, na hier können wir den einsetzen, zack, kann ich hier noch eine Querverbindung machen, genau, da wird ein Haus abgerissen, ne, das soll ja nicht entfernt werden, wird so und so entfernt, ach, Schiete, da ist man das Ganze, kann sich dort auch wieder ein Haus entfalten, jeden Fall, war nicht möglich, vier Gebäude möchte ich nicht entfernen, so, ist mir dann irgendwie, äh, doch ein bisschen Geheurer, wenn wir euch das so machen, ist zwar ein Knick da drin, aber, gut, das können wir dort weiterführen, das seht ihr dann auch doch in der nächsten Folge, bis dahin, ciao meine lieben Freunde.